Wir ranken jetzt tübsch für Anfänger-Charaktere. Die Oma. Auf die 7, weil sie ist cool, aber ein bisschen anstrengend. Ja, Doris. Auf die 4. Sie ist einfach cool, Leute. Sie ist cool. Ching, die hat mich irgendwann so genervt, gell? Ne. Nils, er wäre eigentlich bei mir auch auf der 7, weil man sieht ihn zu selten. Ich hätte Oma hochmachen müssen. Ja, Moa. Wisst ihr, sie denkt irgendwie, sie ist so krass, das nervt manchmal. Sie denkt manchmal, sie ist krass, aber Axel? Ekelhaft. 3. Wo ist meine 1? Ne, Leute. Also Lena ist cool, aber sie wäre nicht... Okay, vielleicht wird das Ranking doch noch gut. Nein. Oh mein Gott. Ich kann Kati doch jetzt nicht auf die 9 machen. Ja, okay, Leute. Eigentlich, Nils wäre bei mir 8. Ching, 9. Und... Keine Ahnung.